moin liebe angelfreunde und herzlich willkommen zur heutigen session ja ich bin ins spiel gekommen wollte heute meinen content produzieren und bekam eine nachricht in dieser nachricht jemand aus der community der sich gewünscht hat dass wir heute die 34 meter mal anfahren und der test soll heute mit grünem schaumgummifisch erfolgen ich zeige euch das setup natürlich ist es so dass ich momentan auf dieser schiene bin ich brauche das fetteste setup ja ich bin da auf dieser schiene ich stehe dazu und natürlich teste ich auch diese ganzen verrückten sachen die wir vorher mit 60 kilo getestet haben oder auch mit 145 kilo getestet haben jetzt mit 181 kilogramm das heißt das große setup bleibt zuerst mal bestehen wir nehmen den 30 haken als maximale größe für schaumgummifische grüner schaumgummifisch hier oben grüner schaumgummifisch hier unten mit grünen perlen 30 haken maximum grüner schaumgummifisch hier als nächster beifänger mit roten perlen auch 30 haken und zum schluss noch mal grüner schaumgummifisch wer hätte es gedacht mit schwarzen perlen in dem fall hier und damit toben wir uns auf der 34 meter aus wir stehen mittendrin ich habe ein paar fische auf dem echolot schon gesehen gehen wir es an würde ich sagen und schauen uns mal an was in der stunde machbar ist viel spaß ihr lieben gut ja das hat jetzt nicht lang gedauert der erste fisch ist eingestiegen man merkt schon dass natürlich mit den schaumgummifischen viermal schaumgummifisch macht schon ein bisschen sich schwer nach unten zu gehen das heißt wir müssen schon notwendigerweise ein bisschen warten haben jetzt hier den ersten köhler also wenn man mal unten schaut die absink geschwindigkeit ist meines erachtens recht langsam dafür dass wir weitestgehend auf den grund wollen damit für eine dick führung die wir erreichen indem wir es komplett absinken lassen dann nicht kurbeln sondern direkt den schnurfang bügel schließen und damit dann die route nach oben bzw anschließend wieder nach unten bewegen aber momentan sieht das danach aus als ob wir gar nicht unten ankommen normalerweise bin ich beim schaumgummifisch gewöhnt dass er eher relativ unspektakulär nach unten durchsickert jetzt habe ich hier zweimal köhler schon erwischt ohne dass ich auch nur die chance hatte aufgrund zu kommen weil er jedes mal vorher abgefangen wurde muss man überlegen was beißt so auf der 34 meter köhler steinköhler vielleicht makrele lump sehskorpion oder was noch größeres oha leute oha moment mal ich muss mal eben den drill timer an machen das ist ja krass haben wir kabeljau dran das würde mich nämlich nicht wundern kabeljau geht nämlich auch auf sowas jetzt geht es allerdings dann doch ein bisschen leichter falls der jetzt nicht nochmal einen ausschlag macht ziehen wir den normal hoch ohne drill timer aber der erste moment war doch sehr interessant und eindrucksvoll da würde ich ganz stark auf kabeljau jetzt setzen bei dem biss wow krass ok wir machen doch mal den timer an und es ist definitiv kein plattfisch es ist ein kabeljau dran ja sehr schön ja kabeljau nehmen wir nehmen wir mit na definitiv 20 kilo was habe ich gesagt nicht ganz 13 kilo aber trotzdem gute gegenwärter geliefert muss ich sagen das war auf jeden fall gerade schön direkt so als einstieg da kann man schon mal mitnehmen nicht so drei minuten vier fische frequenz ist grundsätzlich schon mal da nächster bis auf 25 metern also noch vor grund tippe mal wieder auf köhler in dem fall vielleicht ganz praktisch weil ich ja noch vor hatte mit euch tote köder fische zu testen wenn wir da jetzt vermehrt diese köhler rauskriegen ist das ganz gut ich will mal gucken sie 4,2 ist normalerweise so der grenzbereich beim köhler ja die nimmt da nämlich schon gar nicht mehr rein 4,279 hatte der jetzt hier der ist über 4,2 ergo lässt sich da nichts mehr verarbeiten und hier haben wir halt dieses phänomen das sich schon damals als die karte raus kam eingestellt hatte schaumgummifische sind wunderbare köder sehr gut geeignet für solche flachen plateaus durchaus eine ein kilo scholle guck mal einer schau auf schaumgummifisch aber selbstverständlich auf was sonst wir haben ja nur vier stück dran sehr gut sehr gut sehr gut sehr guten kilo scholle ist ein ordentliches gewicht für einen guten preis der kabeljau denke ich mal wird auch ein bisschen was bringen 5 minuten 6 fische mir gefällt das gerade 20 meter und wir haben den nächsten dran wahrscheinlich wieder ein köhler ja sehr schön tob dich aus fisch tob dich aus frequenz angeln nächster köhler 5 kilo schön also ich sag mal wenn die in dem in der range bleiben dann ist es wirklich auf eine stunde gesehen bei der frequenz die wir aktuell haben nicht verkehrt köhler ist sehr gut köhler ist super müssen wir dann nachher nur die raus sortieren die wir noch für toten köderfisch brauchen können das ist auch irgendwie toll immer mal wieder zu den wurzeln zurück zu kommen ich meine ich habe ja damals auch schon viel mit schaumgummifischen geangelt habe ja auch teilweise dann mal an einem tag in einem video drei verschiedene stellen für jeweils eine stunde ausgekundschaftet ist natürlich auch mit der mords arbeit verbunden wenn du jetzt gerade als frischgebackener papa so ungefähr eine stunde Zeit dir nimmst für das neue schaffen von content ich sag mal so für euch schon mal zur info wir haben ja jetzt heute hier den 23.7 wenn das video veröffentlicht wird am am dienstag das wäre der 25.7 also in zwei tagen kann man sagen da werden meine streams auf twitch wieder live gehen für diejenigen die da interessiert sind ihr könnt euch gerne unten in der video beschreibung den link mal raussuchen der ist hinterlegt da werde ich so spätestens ab 9 uhr wahrscheinlich dann immer live sein checkt bitte auch den discord falls ihr noch nicht dort seid falls ihr live streams sehen wollt und ich aber mal nicht live bin gebe ich es auf dem discord im normalen chatbereich bekannt wichtig für euch nur dass ihr bescheid wisst so ist so üblicherweise der ablauf manche wissen das nicht deswegen sage ich das hier einfach mal auf youtube auch damit ihr ihr möglicherweise interesse habt eben noch mehr als nur die videos hier zu schauen nämlich auch die live übertragungen dass ihr die möglichkeit habt euch da entsprechend einzustimmen beziehungsweise vorzubereiten genau am dienstag sind wir wieder am start dann auch hier wieder am nordmeer mit frischen tests in der live übertragung die dann wahrscheinlich oder sehr wahrscheinlich auch in video form später wieder eingebaut werden aktueller zwischenstand wir haben elf fische gefangen maßig wie auch unter maßig innerhalb von neun minuten ja das ist auf jeden fall ein ziemlich strackes ergebnis bisher das finde ich super wir haben deutlich über einen fisch pro minute momentan noch gucken wir mal ob das länger noch anhält wir haben jetzt erst 8 uhr 30 das heißt der ganze tag liegt noch vor uns das ist ebenfalls eine sehr gute nachricht denn ich habe ja für gewöhnlich die erfahrung gemacht dass ich tagsüber mehr fange als nachts zumindest im großteil der dinge dementsprechend natürlich gut zu wissen dass wir hier möglichst hohe fangfrequenzen noch vor uns haben beziehungsweise chancen auf regelmäßig eintreffende fische auf einem seichten bereich in der hoffnung dass wir vielleicht auch was größeres dabei haben was seltenes mal ist zwar bei schaumgummifisch erwarte ich das nicht unbedingt das größte seltene was ich so auf den schaumgummifisch erwarte ist tatsächlich im übrigen einen kabeljau den wir ja hier auch schon hatten alles darüber hinausgehende waren seltenen fischen kann ich mir so direkt nicht vorstellen muss ich sagen wenn das so sein sollte nehme ich es gerne aber ich gehe nicht maßgeblich davon aus dass das passiert denke mal im großen und ganzen werden es bekannte fische sein die man hier auch auf dem gewässerabschnitt erwartet mal größer mal kleiner aber ich denke was hier hauptsächlich dann ins auge springen dürfte ist dann mehr die masse als die klasse in der hoffnung dass die masse dann am ende auch wirklich ein bisschen was einbringt eine stunde ist ja nun mal auch nicht ganz günstig auf dem meer das wissen wir alle ob man sich dann nämlich hier auf dem kutter stellt oder doch eher im hafen verbleibt und sich das ticket somit erstmal sparen kann das ist immer so die frage die man sich meistens als erstes stellt wenn man hierher kommt gerade als die ganze karte rauskam ich hatte einen guten kumpel der ist erstmal wirklich ganz lange im hafenbecken geblieben und hat auch tolle trophies da gezogen im übrigen deswegen unterschätzt bitte das hafenbecken nicht das glück findet sich nicht immer nur draußen auf dem ozean das sei an der stelle noch mal klar hervorgehoben schöne scholle mit 1,3 kilogramm eine scholle würde mir als trophäe durchaus auch noch fehlen die würde ich allerdings lieber auf flying color rig angeln da wir das für eine aufgabe bei den herausforderungen noch brauchen nichtsdestotrotz wenn mir die hier als trophy auch dran gehen sollte bin ich der letzte der sich dagegen entscheidet also ist schön dass wir hier auch ganz gute schollen rauskriegen zwei stück haben wir bisher gefangen beide auch über ein kilo das macht auf jeden fall freude und zuversichtlich auf die auf das ende der session wenn wir nachher verkaufen weil das natürlich auch alles silber bringt und ich sag mal so eine makrele in der größe oder ein untermaßiger seehecht oder ein siehskorpion die bringen nun mal leider nicht so viel da muss man dann gucken dass man dann entweder offen entweder übermaßige köhler setzt oder eben kabeljau oder eben schollen ansonsten dass der kleinkram ist halt nur in masse wirklich tauglich daher müssen wir gucken wenn jetzt knapp ein viertel der zeit auch rum 18 fische schon im kescher es geht auf jeden fall zahlentechnisch ganz gut qualitätstechnisch müssen wir halt nochmal schauen 1,4 wir verbessern uns weiter ist die aktuell beste die wir gefangen haben schöne größen mit dabei wirklich über ein kilo ist schon mal sehr sehr vielversprechend alles das ist super ich meine die haben natürlich durch ihre durch ihre platte oberfläche natürlich auch eine menge widerstand dadurch wirkt es dann oft doch schlimmer als es eigentlich ist so von den kräften die wirken ja sehr schön steinköhler 2,8 kilo haben wir auch hier wunderbar ist der erste jetzt hier im kescher ja nice hat auch relativ weit oben gebissen das sind dann die schönen schnellen silber garanten sowas nimmt man gerne natürlich mit klasse und da kommt der nächste steinköhler mit 1,6 kilogramm auch schön ja ja steinköhler gerne häufiger als köhler wenn ihr habt die scheinen die grünen schaumgummis auch nicht verschmähen zu wollen sehr gut mich wundert es ein bisschen dass noch keine aal mutter gebissen hat die gehen ja auch auf schaumgummifische für gewöhnlich es sei denn natürlich da hat sich die priorisierung beim köder geändert das kann natürlich auch sein aber tendenziell kenne ich das so und schaumgummifisch hat natürlich auch hier wieder die möglichkeit eventuell uns krabben krebse und muscheln zu bringen nur mit ein bisschen glück auch das ist natürlich was was man nicht unterschätzen sollte weil muscheln können wertvoll sein genauso wie krabben und krebse es sind dann halt mehr so die zufälligen kleinen luxus fänge die man hier mit etwas glück erzielen kann die nächste scholle über 1 kilo 4 schollen über 1 kilo innerhalb von unter 20 minuten aktuell 22 minuten geangelt 25 fische cool ja ich sag mal so die die anfrage auf grünen schaumgummifisch hier auf der 34 so vom ersten eindruck her würde ich sagen dankeschön an den fragensteller dass du mir die inspiration hier gegeben hast denn es scheint sich hier ganz gut darzustellen alles ich weiß jetzt nicht ob du selbst ja auch schon vorher geangelt hast und die positive erfahrung mit mitteilen wolltest oder ob du generell mal wissen wolltest was hier los ist aber wenn ich mir das so anschaue grundsätzlich sage ich mal neben der menge köhler die man die ich wiederum für mich praktischerweise brauchen kann sind hier auch andere schöne fische vertreten und da haben wir wieder etwas größeres drauf die frage ob das wieder in richtung kabeljau gehen könnte wohl so schwer ist es auch nicht so von der von dem druck der hier besteht was letztes mal eine scholle mit einem kilo könnte durchaus wieder sein wäre natürlich super so 10 meter was sehe ich da ist aber keine scholle es ist kabeljau ne köhler da habe ich mich vertan knapp unter 10 kilo köhler natürlich großer köhler geht natürlich auch denke man kabeljau hätte auf der strecke wahrscheinlich sich noch einmal quer gestellt das macht der köhler tendenziell weniger weil das einfach schlichtweg irgendwie nicht hinkriegt das hier ist ein relativ kleiner bis diesmal klein und konstant gucken wir mal was das ist wird ja wohl keine muschel sein oder nein eine aal mutter siehst du ich sag doch die gehen auch auf die grünen hat zwar jetzt ein ganzes weilchen gedauert so 35 minuten aber aal mutter ist dran sehr schön ich habe es euch doch gesagt und der nächste stein köhler mit 3,1 kilo wunderbar das ist doch so stein köhler lastig hier sein würde hätte ich gar nicht mal erwartet sieben stück jetzt hier auf 40 minuten etwa man hat so das gefühl jetzt kommen die fische eher nach oben zur nacht hin nächster stein köhler 1,6 hoch sehr gut aktuell haben wir noch sieben minuten auf der uhr jetzt 59 fische immer natürlich fairerweise dazu gesagt maßig wie untermassig dass das keine falschen hoffnungen schürt das dient natürlich einfach auch zu zeigen was beißt denn alles überhaupt es kann ja auch mal sein dass was untermassiges beißt was dann jetzt aber schon ein bisschen seltener auch mal ist das will man natürlich dann oder ich möchte das natürlich dann auch für euch erfassen und kleinvieh macht eh auch immer mist gerade am nordmeer würde ich sagen wenn ihr die kapazität am kescher habt und es ist euch egal dann nehmt ihr auf jeden fall auch gleich mit silber ist silber und das braucht ihr hier oben wenn ihr die tickets bezahlen müsst ja sehr schön noch mal gegen ende der session zwei kilo dornhai auf unseren schaumgummifisch das nehmen wir gerne mit weil der bringt auf jeden fall noch mal schön silber rein klasse sechs minuten immer noch aber wir haben schon 60 fische das ist zahlentechnisch ist das super wenn die fische die dabei sind dann auch noch ein bisschen was einbringen umso besser hier ist ein köhler mit 12,6 kilo pb köhler dieses netzes dieses keschers der haut auf jeden fall noch mal silber technisch rein immer noch vier minuten normalerweise sage ich mal so zwei drei minuten eher ich mache dann feierabend aber da wir hier echt eine gute frequenz aufbauen denke ich das könnte sich auch lohnen bis zur letzten minute den köder noch anzuhalten und bis auch nochmal ein recht stattlicher bis möchte ich behaupten für den abschlussfisch denke ich mal ganz anständig sehr schön dann haben wir 65 fische auf eine stunde die wir die wir den ersten fisch geangelt haben dann komm du mal her ein köhler mit 3,35 8 kilogramm schließt hier heute unsere session ab gut wir sind wieder im hafen angekommen leute im café zeigt sich wir könnten auf jeden fall köhler abgeben das mache ich später nachdem wir uns angeguckt haben was insgesamt bei raus kam ansonsten haben wir hier nichts dabei der direktverkauf wir schauen uns die preise an der dornhai den wir vorhin kurz vor ende raus gezogen haben bringt auf jeden fall am meisten mit 42 silber für zwei kilo das ist also echt schon eine menge muss ich sagen kabeljau bringt 33 der 12 kilo köhler bringt 30 11 kilo 28 dann kommt hier die scholle mit beziehungsweise der steinköhler mit 25 silber für 3 kilogramm die scholle mit 25 für 1,4 24,59 für 3 kilo steinköhler so geht das dann einem fort und hier unten sehen wir dann 8,218 kilogramm köhler ungefähr so da die grenze zu 20 silber also wenn man das dann frequent angelt dann macht es auch auf jeden fall spaß und kann sich lohnen auf die stunde hier mit vier grünen schaumgummifischen die wir an der 34 meter verbracht haben haben wir einen gesamtbetrag erwirtschaftet von 737 silber in einer stunde auf 34 metern das ist natürlich eine ganze menge das ist natürlich dann nochmal eine ganze menge aber halt auch die ganzen kleinen fische das läppert sich alles oder dann hier 8 8 8 7 7 7 9 9 9 das sind ja alles irgendwo fast zehner schritte kann man sagen plus das was wir hier oben natürlich noch dabei haben also ich denke mal wir haben da grundsätzlich ein gutes ergebnis erzielt für die session ich bedanke mich für die empfehlung hier mit grünem schaumgummifisch danke geht raus wenn ihr wie gesagt ideen habt was man noch testen kann oder wo oder wie dann fühlt euch gerne herzlich eingeladen mir die infos zu schicken vielleicht habe ich da was dabei wo ich sage oh ja das wollte ich immer schon mal testen dann gehen wir das auf jeden fall auch an ansonsten sind inspiration natürlich immer immer gern gesehen ich bedanke mich fürs einschalten wünsche euch noch angenehme angeltage petri und keep rockin haut rein leute bis zum nächsten Mal